Man so versuchte einen Fisch zu fangen und hatte dabei nicht gut aufgepasst. Er rutschte in dem sumpfigen Gras auf und rollte rund wie er war holtert die Pollen. Ach, so eine tiefe Stimme wie Papa, die möchte ich auch mal haben. Dann, dann kann ich mir immer Fische fangen. Hallo, wer bist denn du? Ich bin eine Fake-Maus und heiße Macho! Wenn du uns nichts genügend bist und etwas Appetit gibt, dann nimm es dir, egal ob es klar ist, dann kommt das Glück, es kommt zu dir, es kommt zu dir. Geduld!